Willkommen in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Dünnweber und Dünnweber. Seit über 30 Jahren bietet die Kanzlei qualifizierte und kompetente Rechtsberatung. Dr. Hans-Werner Dünnweber ist Spezialist für Arbeits- und Verkehrsrecht sowie Erb- und Strafrecht. Heidelinde Dünnweber ist Fachanwältin für Familienrecht mit den Schwerpunkten Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erbrecht. Neben einer gründlichen Sachbearbeitung liegt beiden der gute Kontakt zu ihren Mandanten am Herzen. Vertrauen Sie auf die langjährige berufliche Erfahrung und die Fachkompetenz von Dr. Dünnweber und Dünnweber in Rastatt.